ARD Text im Auftrag von Funk Brauchen wir noch mal Feuer den Mothball Bom Ja ja da sind sie Bombs für den Mothball Und ein paar Mr. Tanks. Beziehungsweise einen Mr. Tank. Na? Ich will mal gucken, dass ich in der zweiten Folge hier mal ein bisschen weniger labere. Und dann schreibt mir mal, ob das vielleicht auch mal gar nicht so verkehrt ist, wenn man mal seinen Mund hält. Wo man das Spiel gießen kann. Ja, lass die Kugeln los. Yes. Das ist schon mal sehr geil. Energon-Tank. Das ist schon mal ein weiterer. Und dann speicheln wir sie mal rum. Na gut. Dann müssen wir ein Bargain. Ah, wir haben einen Spidei-Ball. Das ist schon mal ein Spidei-Ball. Das ist schon mal, dass eine Spidei-Ball er Episode 2 kann. Die Spidei-Ball. Nee, dann muss ich wohl wieder geschoben. So, genug Schweine-Lämmer. Müsste man ja auch eigentlich hier wieder hochkommen. Doch schreit er förmlich nach am neuen Beach World. Tatsache. Ja, ich merke schon, ich habe ein bisschen Probleme nur mit der Tastatur. Das geht ja nicht so ganz leicht von der Hand. Sollen wir gut. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Das ist schon mal einfach. Ah, die richtige Reihenfolge, okay. Bingo! Bingo! Oh, noch ein Energietang, perfekt. Sehr schön. Bingo! Dann kommen wir da mal hoch. Ich stehe da oben. Das passt. Okay, von dort komme ich hin. Okay, von dort komme ich hin. So, dann speicheln wir mal eine Runde ab. Dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ja, okay. Gehen wir mal rechts. Was? Jupp. Nicht erforscht, das geht gar nicht. Ich bin der ... Ist nicht erforscht, das geht gar nicht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.